Heute Mission ist... Überleben! Oh, ja! Zwei haben disconnectiert, die anderen sind gestorben, da hab ich den Filler zugewunken. Da hab ich mit Generatoren noch drei Stück gemacht, dann hab ich drei Kissen noch ausgeräumt, dann hab ich beide Haupttore aufgemacht, letzten Endes paar Paletten noch zerschlagen, letzten Endes läuft sich durch die Hedgehaut. Ach guck mal, ich nehm jetzt erstmal Jake, ich bin erstmal nicht bereit, ich nehm Jake. Naja, mach mal. Weil ich müsste dann eine Mission machen. Ja, dann passt das ja. Jakeyboy, jetzt bin ich bereit. Kopfschmerzen weg, ja. Da gibt's auch was von Razzio Farm. Ja, gute Freude. Gute Besserung. Boah ey, das ist schweig. Gestern war es in der ja, ey. Überall. Man hat noch Cover. So. Ach, hier sind wir wieder. Hi Jake. Hi, wer auch immer du bist. Wenn du jetzt gerade ins Haus läufst. Ja. Lauf dir gerade in der. Nee, das bin ich nicht. Nee, das bin ich nicht. Echt, das ist aus. Nee, jetzt kommt hier auch noch eine Mac. Nee, das bin ich auch nicht. Ah nee, ist das Mac oder nicht? Ja. So, gucken wir mal ausschauen, wer jetzt hier der Killer ist. Oh, Freddy. 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 Oh nee, da schläfst du wieder ein, ne? Ja. Aber ich kenn' einen Trick schon, wie man sich dann... Wo bist du denn? Ich seh' dich doch jetzt eigentlich. Da kommt er. Ich muss jetzt nur... Dass du schläfst, ist ja eine Sache denn, aber... Du musst am, am, ähm... Ah, er hat mich gewöhnt. Eigentlich müsstest du jetzt auch wach werden. Oh, der ganze Nebel, du siehst ja nichts. Komm mal rüber zu mir, wenn wir mal rüber sind. Komm mal hierher, hierher zu mir. Ja. Oh, der ganze Nebel, du siehst ja nichts. Was ist das für eine Beschreibung hierher? Du läufst gerade an mir vorbei! Mehr! Hinter dir! Bleib still! Hinter mir, ach so! Hinter dir ist Freddy! Hinter dir ist Freddy, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, sag das doch! Was denkst du, wieso ich weglaufe? Sag doch mal, komm Freddy jetzt! Ja, was denkst du, wie ich sich da Paletten runterhaue? Ich bin zu ärgert! Warum?! Du bist ja ein Witze. Zähl dich selber als Rettung? Glaub nicht. Doch. Oh, 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 ich hake! Ah, Wand! Fick dich! Dich und wenn deine Familie noch existieren würde. Ja, er kehrt ja jeden, der schläft. Fängt ja wieder gut an bei uns. Ich höre noch Gesang. Aber er läuft weg. Boah, ich hab Schock auf. So, heiz mich! Das bin ich! Hinter mir direkt. Ich krieg echt ne Hasskappe langsam. Ich bin das, ich bin der Hempel. Das ist falsch. Also guck hier. Fick dich und deine ganze Familie. Ist hier irgendwo ein Schrank, wo ich mich drin verstecken kann. Aber er sieht mich ja. Ich muss mich aufwecken. Scheiße, ich muss mich aufwecken. Ja, so geht's auch. Natürlich. Ja, genau. Ich glaub, er hat mich gesehen. Ein Generator zerpuffen und dann... Er hat mich gesehen. Und dann bist du auch wieder wach. Wieso kann ich eigentlich jetzt die Palette nicht im Hängen hier... Ich bin weg. Das ist ein bisschen ungefähr. Jake, was willst du? Ich will gar nichts mehr von dir. Ich bin tot. Nee, der andere Jake hier. Das war's auch schon wieder. Oh je, oh je, oh je. Na, das war ja mal ein Reinfall wieder bei uns. Ach, Mann. Oh nein. Vor allem, ich muss ja drei vom Haken befreien. Ja. Das heißt aber nicht, ich muss nicht drei hintereinander befreien. Nee, du kannst drei auch im Spiel, also in jedem Spiel einmal. Ja, siehst du, dann reicht das ja. Ja, ich hab vorhin das ja auch geschafft. Hm. Replay HD. The Lord of Plim. Und, freust du dich schon nachs Training? Hm? Freust du dich schon nachs Training? Bei dem Wetter natürlich. Ich auch. Ihr habt Muskelkater, ich weiß. Aber er wird heute trotz nicht zimperlicht sein. Das weiß ich nicht, das sagt er immer so kurzfristig. Er fragt mich immer nach, was mir liegt. Und dann sage ich immer, montags eigentlich nicht so doll, weil sonntags ja die Spiele sind. Und so weißt du, was er sonst immer macht. Oh, das Spiel. Jetzt noch Schicksal. Ich bin im Keller. Ich bin schon wieder ein Kellerkind. Ich bin auch irgendwo. Irgendwo ist gut. So, sehen wir uns mal hier schnell um. Hier unten waren doch auch irgendwo Generatoren. Hi Schwein. Schwein? Nein! Hier ist grad wieder so ein Schweinekopf gewesen. Noch weiß ich nicht, wer das ist. Äh, es ist der Geist. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab mich schon gewundert. Er kriegt dort eine Palette nach. Das ist ja gegangen. Der Fernseher läuft. Die Leiche liegt hier auch schon wieder. Eis raus. Ich komm was durch runter. Ja, bitte. Ich liege unten. Das war noch ein Scheissspiel, Mann. Woher geht es mit mir wieder hoch? Oh, schön. Kaffee! Ich möchte mal demonstrieren, dass das echt scheiße war von mir. Was? Du hast einiges gemacht, so wie es aussieht. Oh, leck mich doch im Arsch. Hier ist einer. Ich sehe ihn aber nicht da. Er ist ein Kranibale, er ist ein harter Kämpfer. Oh. Er kommt genau zu mir. Ja, kümmert euch nicht mehr. Ich will nicht mehr. Heilst du dich mal woanders? Ja, Mann. Ach, ja. Wey! Das ist ja schon wieder hinter dir her, natürlich. Das frage ich eigentlich. Weck dir, Mann! Ich bin jetzt eh weg. Ich habe noch keinen Generator. Wir haben wenigstens angefangen. Der ist fertig. Zählt jetzt? Du bist nicht verletzt. Ja, du bist nicht verletzt. Ja. Das fährt ein ganz gut mit mir. Dann abhängig Schweine hält in Fabrik. Hey, wieso komme ich nicht ran? Jetzt. Ich glaube, ich nehme auch gleich mal näher. Ja. Hauptsache, sie hat das KFC T-Shirt an, ne? Was macht der andere? Ach, ich mache noch andere. Auch? Ich finde, die Z birge ist ganz schön. Ja, vielleicht ist es sehr schwierig. Ich bin in Fabrik, ich bin in Fabrik, und habe das KFC T-Shirt gewonnen. Nein, ich bin in Fabrik, was ich mache. Ich bin in Fabrik, mich. Ich bin in Fabrik, aufgeregte Kon facile. Wusste ich ja halt. Oh, hier ist keine Palette mehr. Ich habe aber alles schon verbraucht. Dankeschön. Da war die Palette. Ich kann ja auch mal nett sein, dass sie es tun. Let's be the front thing thing. Toll! Jetzt kann ich auf einmal wieder zwei Minuten fliehen, ne? Konnte ich. Das hätte ich mit... Mit Mecke hätte ich das gemusst. Wo willst du mit mir hin? Ach da. Diskutieren wir jetzt ernsthaft wieder darüber, dass das Ding hier nicht sauber ist? Da ist noch eine Palette. Geringfügig gehe ich wieder runter. Und da bin ich schon. Die Blutlage geht weg. Danke. Ach, da liegt die Höhne nicht. Oh. Oh. Also hier sind die Höhne. Oh. 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 Ja, ich komme gleich, oder ich erscheine gleich. Das schaffst du noch. Hol dich gleich runter. Hol dich gleich runter. Ja, na, nicht, nicht, ne, ich lauf weg. Ich bin nicht weggelaufen. Findest du das wieder schön? Hier ist alles blutig. Ich bin nicht weggelaufen. 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 Okay. Ich bin nicht weggelaufen. Wie bist du Pfl in der creditsայ? Alter! War das Geräusch von Ihnen, dieses Knalle? Keine Ahnung. Das hörte sich ja richtig krass aus. Tatsächlich Fußtapscher. Das höre ich ja noch nicht mal. Hier war nicht. Wow! So, du spielst gleich mal mit Mac Thomas. Mal gucken, wie die so ist. Ich bin mindestens zwei Charakteren. Da ist noch eine Palette. Bist du alleine mit ihnen? Hä? Bist du alleine mit ihnen? Ich spiel gar nicht mehr. Ich guck grad nur noch zu. So, Caro kommt heute mit. Ist doch schön für dich, du Trigger-Lady. Ich nehme mal an, sie schafft das noch. Sehen wir es mal so positiv. Wir sehen es mal positiv. Ich tendiere mal, sie schafft das. Dann machen wir hier Schluss. Und tschüss.